In Grottendorf muss man sich über Nachwuchs keine Sorgen machen. Bürgermeister Bernd Reinhold begrüßte am 9. Dezember im Familienzentrum Waltersdorf die jüngsten Einwohner der Gemeinde. Aber nicht nur der Bürgermeister, auch Vertreter der Volksbank waren anwesend und überrechten den jungen Muttis Geschenke. Ein Kinderbuch und 40 Euro Stadtguthaben bei Neueröffnung eines Kontos. Im letzten halben Jahr ist die Grottendorfer Einwohnerzahl um 14 gestiegen. Insgesamt freuten sich die Grottendorfer Familien 2013 24 Mal über Nachwuchs. Das Familienzentrum hat seinen Sitz im alten Rathaus der Gemeinde Waltersdorf und bietet jungen Familien ein liebevoll gestaltetes Wochenprogramm und dem Bürgermeister zweimal im Jahr die Möglichkeit zu solch angenehmen Terminen.